Ich weiß jetzt warum die sich letzte Generation nennen, die letzte Generation. Das sind all die jungen Leute, die heutzutage ihre sexuelle Aufklärung über Pornografie bekommen. Und in einem Porno spritzen die Männer immer in den Mund oder aufs Höschen oder auf die Titten, aber nie dahin wohin gehört. Und das ist das was die Jugend lernt, wie man heute Sex hat. Und deshalb vermehren die sich nicht und deshalb ist die letzte Generation die Jugend lernt.